Servus, ich bin der Thomas, ich bin Auszubildender bei Gruber Landtechnik zum Land- und Baumaschenmechatroniker. Früher, als ich ein kleiner Junge war, bin ich oft zum Bauern raufgegangen. Da bin ich in den Pullo gefahren, habe bis ich beim Richten mitgeholfen, bin viel mitgefahren. Und dann habe ich mir gedacht, das gefällt mir, das probiere ich. Dann habe ich ein Praktikum gemacht, bei mir im Dorf. Und da habe ich mir gedacht, das gefällt mir und das möchte ich machen. Die Hauptaufgaben bei unserem Betrieb sind überprüfen und instandsetzen der Maschinen. Das sind auch sehr vielseitige Maschinen von Teleskoplader bis hin zum kleinsten Traktor. Was mich fasziniert an den großen Maschinen, ist einfach die Leistung, die hinter diesen Maschinen steckt. Jeden Tag hast du ein neues Erlebnis, also jeden Tag machst du was anderes. Gleiche Arbeiten gibt es selten. Aber es ist wirklich ein umfangreicher Beruf und es macht auch sehr Spaß. In unserem Beruf kommen wir auch oft raus zu den Kunden. Wir haben auch sehr viel Kundenkontakt, auch in der Werkstatt und da außen auf Montage. Es ist auch einfach ein Erlebnis für sich, die unterschiedlichen Kunden kennenzulernen. Was mir meistens Spaß macht in meinem Beruf, ist einfach das Zerlegen von Teilen. Dass wir die zusammensetzen und die Teile funktionieren danach auch. Und das ist einfach ein schönes Erlebnis. Also mit meinen Kollegen komme ich super aus. Wenn ich Fragen habe, kann ich jederzeit fragen. Wir haben auch unseren Spaß. Aber im Großen und Ganzen mache ich meine Arbeitstätigkeiten selbstständig. Für den Beruf selbst mitbringen muss man Interesse an den Maschinen. Keine linken Hände und einfach Motivation zeigen, dass man das machen will. Die Weiterbildung ist jederzeit möglich. Du kannst den Meister machen, den Servicetechniker oder das duale Studium. Also den Beruf würde ich wieder wählen. Das ist einfach wirklich ein schöner Beruf. Du bist sehr vielseitig. Du kannst viele Sachen reparieren, wo andere vielleicht gar nicht mal wissen, dass es gibt. Und es einfach sehr viel Spaß macht, dass man die Sachen reparieren kann und dann auch funktionieren. Das gefällt mir schon sehr.